Hallo Ulrike! Und? Magst du was drehen? Was habt ihr jetzt vor? Was meinst du? Na mit dem Hof. Wieso? Deine Mutterschaft ist kaum noch die Tiere zu versorgen. Deswegen stellt niemand mehr bei euch ein. Ihr seid pleite. Das wüsste ich aber. Ich mach dir ein Angebot. Ich kaufe Rosenborg. Kannst gern noch ne Nacht drüber schlafen. Ich hab deinen Vater schon gefragt, aber du weißt ja wer er war. Ja und wie war der Gerhard? Stur? So wie ich? Mama, ich glaub der Fahrer wollte noch mal mit dir sprechen. Gott bewahre. Komm ich doch mal auf St. Georg besuchen. Und bring Wendy mit. Gerne. Vanessa wird sich freuen. Dein Vater ist noch nicht mal ganz kalt. Da kommt die schon daher und will mit dem Hof unterm Hintern wegziehen. Mama, willst du mir vielleicht was erzählen?